So, da geht ja mal wieder gar nichts hier. Da wohnen wir und wegen der zweiten Reiheparker hier. Da kommen von vorne welche, da kommen von hinten welche, alle wollen gleichzeitig durch und hier geht irgendwie gar nichts. Ne, so typisch. Fahrradfahren in Berlin, Alltag auch in anderen deutschen Großstädten. Lass mich vorbei! Autos blockieren den Fahrradweg, Radspuren mitten auf der Fahrbahn. Sie sind nur aufgemalt und enden genauso plötzlich, wie sie angefangen haben. Im Verkehrschaos werden Radfahrer schnell übersehen. Noch gefährlicher wird's bei engen Fahrbahnen. Dass vor allem geparkte SUVs Probleme machen, zeigt Mobilitätsexpertin Uta Bauer. Die sind ungefähr 30 Zentimeter breiter als jetzt so ein Auto. So, dass diese Autos nicht mehr in normale Garagen kommen, weil die zu klein sind und dass die Autos dann eben bevorzugt einfach auf der Straße geparkt werden. Die verbrauchen Platz enorm und vor allen Dingen, sie werden ja immer mehr. Es sind ja nicht wenige, sondern in so Vierteln, in gutbürgerlichen Wohnvierteln nimmt das zu. Das heißt, sie nehmen auch die Fahrbahn, also die Fahrbahn wird immer schmaler. Jetzt soll die Situation für Fahrradfahrer besser werden, verspricht Verkehrsminister Andreas Scheuer, der für die Presse auch gerne selbst auf sein Dienstfahrrad steigt. Ich bin ein Fan natürlich von den neuen Möglichkeiten der urbanen Mobilität und ich teste halt sehr gern alles. Sonst, der eher als autofreundlich bekannt, will er jetzt etwas für die Radfahrer tun, die Straßenverkehrsordnung ändern. Neu, ein striktes Halteverbot für Autos auf Radwegen und beim Überholen von Rädern müssen sie zukünftig einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Auch spezielle Fahrradzonen soll es geben, ähnlich den Tempo-30-Zonen. Ach, und jetzt kommen ja noch die E-Scooter. So was fährt der Minister auch. Ab Juli sind die E-Roller dann auch auf deutschen Radwegen und Straßen erlaubt. In Paris gibt es sie schon länger. Praktisch, aber nicht ungefährlich. Für Fußgänger ist das vielleicht gefährlich, aber für uns doch auch. Man kann hinfallen und sich wehtun oder gar vor ein Auto kommen. Ich fahre immer nur auf den Bürgersteigen. Eigentlich ist das ja ganz gut, so schnell und elektrisch. Aber die Leute halten sich an keine Verkehrsregeln. Sie fahren gegen die Richtung und das ist sehr gefährlich in den Straßen von Paris. Auch die Fahrräder werden immer schneller. Letztes Jahr war schon jedes vierte verkaufte Rad ein E-Bike. Für die Turbo-Bikes sollen deutschlandweit Radschnellwege entstehen. Bisher gibt es aber nur wenige. Vorzeigeprojekt der Ruhrschnellweg, kurz RS1. Bisher gebaut zwischen Mülheim und Essen. Soll aber mal von Duisburg quer durchs Ruhrgebiet bis nach Hamm reichen. Vier Meter breit, guter Bodenbelag, sowas kommt an. Großartig. Unerwartet. Ich bin früher mal nach Essen gefahren. Da kannte ich die Strecken nicht. Ich dachte, ich überlebe es nicht. Und man ist viel schneller, weil es keine Ampeln gibt. Also das ist für mich auch nochmal wichtig. Ich bin echt schneller jetzt bei der Arbeit als zuvor. Ein guter Anfang. Bis Deutschland fahrradfreundlich richtig kann, dauert es aber noch. Wer sehen will, wie es geht, kann nach Utrecht schauen. Die Holländer zeigen es. Großflächig gibt es hier schon Radschnellwege, Umgehungsstraßen extra für Fahrräder. Und damit es bei Frost nicht zu glatt wird, ist diese Fahrradbrücke im Winter sogar beheizt. Es passiert etwas. Das kann man in Utrecht sehen. Es ist eine von den Städten, die darüber nachdenken, wie sie von einer Autostadt zu einer Fahrradstadt werden können. Fahrradfahren wie in Utrecht, für viele deutsche Fahrradfahrer wäre das alles ein Traum.